Hey, was geht ab? Was geht ab? Schön, dass ihr eingeschränkt habt, Leute. So Leute, Kate meinte, dass er eine richtig gute Idee hat. Und wir dachten uns, okay, Kate, dann let's go. Was hast du für eine Idee, Kate? Was möchtest du heute machen? Wir sollen heute die schärfsten Nudeln der Welt essen. Die schärfsten Nudeln der Welt essen? Traust du dich? Terrence, traust du dich? Ja, trau mich! Kinder, du auch? Ja! Oh mein Gott, ey, warte mal, wir müssen... Es ist zu laut, unsere Nachbarn! Lass mal schnell ins Auto, komm schnell! Los, kommt! Komm schnell! Ich... Wir streiken fest! Wir streiken fest! Wir streiken fest! Komm schon, wir treffen uns, komm schon! Wir sind jetzt vor einem Asi-Market. Und keiner erzählt euch jetzt, was er vorhat. Wir wollen die Chefs nur das... Der Welt essen mit plus drei. Oh! Und als ich noch klein war, hatte ich das gegessen. Das stimmt! Dann hatte ich die ganzen Zelda-Flaschen geholt. Dann habe ich Zähne geputzt, hatte so ein Schokobrot und hatte Milch getrunken. Aber du warst tapfer, Kate! Echt tapfer! Er hat nur eine kleine Nudel probiert, Leute, und er hat das wirklich sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, ob er das heute auch gut macht. Aber du probierst das heute mit Tyrese, oder? Ja! Wo ist Tyrese? Tyrese, wo bist du? Tyrese, wo bist du? Tyrese, probierst du auch heute? Ja! Du kannst ja gut scharf ab, ne? Ja! Kannst du? Okay, jetzt bin ich gespannt! Let's go, let's go! Guck mal! Oh! Jetzt sind wir angekommen, ne? Ich bin angekommen! Oh, Kate! Weißt du genau, was du holen musst? Ja, plus zwei. Du hast es halt mal? Plus zwei ist das? Ja, aber... Ey, Kate, bist du sicher, dass du mal drei schaffst, Kate? Ja! Du kannst ja mal zwei nehmen, oder nehmen wir auch mal drei? Okay, Dad! Gibt es die mal drei? Nein, die sind ruhig. Gibt es überhaupt mal drei? Die mal drei sind, glaube ich, zu Hause. Ich habe die doch mal mitgebracht, weißt du? Ich habe die gut gemacht. Oder? Ja, ich glaube, die mal drei sind... Es gibt doch nur mal zwei. Nein, mal drei gibt es jetzt mittlerweile auch. Haben sie zu drei? Also, die haben leider kein Mal... Ich glaube, mal drei habe ich zu Hause. Ja, mal zwei ist auch scharf, oder? Die sind die Giosa, die haben wir probiert. Die hier waren richtig lecker. Machen wir kurz auf. Die hier waren richtig lecker. Die waren richtig lecker, ne? Ich glaube, ich möchte die hier probieren. Ja, nimm die auch mit. Oh, Mann, das sieht so lecker aus. Lecker, 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 lecker. Ey, was ist das denn? Lese, guck mal. Ich habe das erst gefunden. Hä? Noch nie probiert. Achso, von Sweet Potato. Ja? Möchtest du mal probieren, Kate? Wollen wir die probieren? Ja, hier sind echt so viele Sachen, ne? Also, ich glaube, das hier ist auch scharf, ne? Ja, die haben nicht mal zwei. Ja, hast du diese Rice Cakes, die wir gestern probiert haben? Nee, ist nicht mein Fall. Okay, komm, wir sind jetzt fertig. Die können wir noch mal mit dem, die sind lecker. Ja, Mann, die sind echt richtig lecker, das hier ist richtig lecker, Leute. Das ist so wie Carbonara, ne? Ja. Aus einer Sache wurden auf einmal 10. Was meinst du? Können wir noch zu Hause da mehr scharf reinmachen. Okay, bist du dir sicher? Ja. Überschätze ich nicht so, ne? Wirklich, wirklich. Tyrese, möchtest du auch scharf? Mach da bitte scharf rein, Tabasco. Tabasco, haha. Guck mal, Fahrrad. Ja, komm, schau mal jetzt ein, los. So, jetzt. Wir haben alles, was wir brauchen. Genau, wir haben jetzt eingekauft, Leute. Ich bin richtig gespannt, wie das schmeckt. Und ich bin gespannt, ob Caden und Tyrese das aushalten. Ich bin auch gespannt. Oh. Guck mal, jetzt. Aus einer Sache waren so viele Sachen, ne? Wir haben so viele Sachen geholt. Tschüss, ne? Hey, was? Ich komme jetzt mit, ne? Ist das hier ernst? Danke schön, meine Prinzessin, ja? Danke schön, Caden. Bitte. So, okay. Hier, die Tsche, kannst du ja nehmen. Ja, danke, ne? Danke schön, das ist absolut wichtig. Guck mal, ich meinte noch, ich habe die Maldrei. Guck mal, wo ist die, das hier ist die Maldrei. Guck mal, Leute, das hier ist die Maldrei, was ich schon lange geholt habe. Und das war gerade im Schrank. Und wir sind das hier kaufen gegangen. Also, ich denke mal, Caden und Tyrese können entscheiden, was sie essen wollen, oder? Was wollt ihr essen? Wollt ihr die Maldrei? Die Maldrei wollt ihr probieren? Ja. Sicher, sicher, sicher? Ja! Die Maldrei, Tyrese? Ja, 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 ja. Ich will mir das ausschalten. Ich will das so lecker. Die Maldrei, möchtest du probieren? Jaaa! Glaube ich nicht. Was sag? Ich habe ein bisschen Angst, aber ich mache jetzt die Maldrei. Okay, komm, let's go. Boah, was haben wir noch alles so geholt, Kina? Zeig mal, Leute, das habt ihr ja gesehen. Das haben wir geholt, guck mal. Und diese pinke Nudeln. Kina, ich glaube, das kannst du wegnehmen, weil wir probieren das hier gar nicht. Wir probieren nämlich heute... Die roten Nudeln. Die schärfsten? Nudeln der Welt. Ich hatte schon mal die gelben, scharfen Nudeln probiert und die waren nicht scharf. Was hast du probiert? Ich hatte schon mal die gelben Nudeln probiert, die waren nicht scharf. Waren nicht scharf? Ich hab schon mal die gelben gegessen. Nochmal, okay, was? Ich hab schon mal die gelben Nudeln gegessen. Und die gelben Nudeln sind nicht scharf, ne? Nein. Wollt ihr jetzt erst mal das hier probieren, bevor die schärfsten Nudeln der Welt kommt? Ja! Okay, dann holt man jetzt ein Glas, ne? So, habt ihr jetzt? Ja. Sehr gut. Kina, welche Farbe hast du? Gold. Welche Farbe hast du? Rot. Okay, welche Farbe hast du? Blau. Wer fängt an? Ich glaube, Kina fängt an, oder? Ja. Okay, das hier brauchen wir nicht. Schaffst du das aufzumachen, Kina? Wir haben erst mal hier ein Problem, wie man das hier öffnet, ja? Ne, Kina? Oh, du hast schon deinen links Keks, weiße Glückskekschen gegessen. Aber was steht da? Ja, lass mal gucken, was da steht. Ich stehe kurz davor, etwas Neues zu unternehmen. Desigy Ratna-Sarif versucht auch, das hier aufzumachen. Ja, man muss das reindrücken. Ja, aber irgendwie passiert da nichts. Okay, Papa hat es natürlich geschafft. Superheld in der Bildung. Aber guck mal, da fällt so eine Kugel rein. Da ist einfach so eine Kugel drin. Man muss das reindrücken. Das ist schon ein Kampf. Du musst uns auch richtig viel Kraft gerade anwenden. Ich verstehe, warum man das so schwer macht. Guck mal, zieh wieder. Nein, das ist ein Eiswürfel. Äh? Bin ich so schwach? Ein Eiswürfel? Ja, das ist ein Eiswürfel. Eigentlich. Komm, 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 komm. Du hast es schon einmal geschafft. Ich kann das. Papa, ich kann das. Komm, Papi. Wow. So ein Kampf. Krass. Mit welcher Farbe fangen wir an? Mit Kindersweiler, ne? Was ist das? Ach so, damit das nicht auskippt oder was? Ich check das auch. Schmeckt lecker. Schmeckt lecker? Ich will auch probieren. Jetzt probieren. Jetzt hab ich. Tyrese. Schmeckt nach Fanta. Schmeckt nach Fanta? Ja, das ist auch Fanta. Ja? Mhm. Okay, jetzt bist du dran. Oha, hat alles ausgetrunken. Oha. Schmeckt so lecker. Zehn von zehn. Zehn von zehn? Zehn von zehn. Was denn? Sie meinen sie. Sechs von zehn? Und wie du, Tyrese? Hundert von zehn. Ich schenke es euch schon. Tyrese ist raus. Tyrese ist letzter. Kim und Kinan. Kim und Kinan. Kim und Kinan. Kinan ist das erste. Bitte gut. Ja? Ja. Also fünf von zehn. Bitte. Was denn? Sechs von zehn bitte. Sechs von zehn? Ja. Schmeckt leckerer als das Gelbe. Ja? Ist es leckerer als das Gelbe? Ja, das ist elf von zehn. Ihr sollt nur testen. Ihr trinkt einfach alles aus. Nicht Bohnenwasser da drin oder was? Was ist denn jetzt? Ist gut oder nicht? Ein bisschen gut. Oh mein Gott, Leute. Ich habe jetzt das hier gerade versucht, so aufzumachen. Und das ist alles hier. Guck mal hier. Ihr seht das. Mein schmeckt auf jeden Fall besser, also sechs von zehn. Sechs von zehn, das? Hundertdreißig sieben tausend. Also war gut oder nicht? Oh, jo, jo, jo. Wie weit bist du denn? Die sind jetzt fertig. Sind jetzt fertig, du Mädel? Die riechen schon richtig scharf. Richtig scharf? Ja. Oh, Leute, guck mal, wie das aussieht. Das sieht ja richtig. Warte mal. Oh, das sieht ja richtig lecker aus. Ich wollte ja schnell probieren, bevor sie klein werden. Okay, dann geh mal hin. Ich komme jetzt sofort. Guck mal, damit ihr nicht denkt, dass ihr geschummelt habt. Hier. Das sind die mal drei. Okay, wer ist zuerst? Ihr macht Schengshang-Schong. Schengshang-Schong, alle zusammen. Schengshang-Schong. Oh, Kina ist letzter Platz. Hattet Tyrese ein Blatt? Ja, das ist ein Blatt. Ja? Okay, dann müssen die beiden jetzt machen. Erstmal wir um den letzten Platz und vorletzten. Machen wir beide einmal? Ja, genau. Schengshang-Schong. Nochmal. Schengshang-Schong. Okay, Kina ist letzter Platz. Letzte, du bist vorletzte, du bist erster. Warum erster? Habt ihr nicht bald das Gelbe? Mach mal. Schengshang-Schong. 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 Wir sind einfach Seenverband. Nochmal. Schengshang-Schong. Hä? Schengshang-Schong. Ja. Kina ist Nummer 1. Ich dachte, sie macht wieder Steine. Boah, du hast echt... Okay, Kina, komm wieder als Erster. Los. Ich mach's mit Stäbchen. Ja, weil du bist Asiate, ne? Ich bin Asiata. Asiata. Oh, so viel, Kina. Oh, übertreib mal nicht. Oh mein Gott. Kina, übertreib mal nicht, ne? Das ist mal 3. Das ist scharf. Oh mein Gott. Das hat er jetzt nicht gemacht. Kina, übertreib nicht. Okay, ich bin gespannt. Oh mein Gott. Kina, das hast du nicht gemacht. Und es ist scharf, ne? Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Er sagt, nein, es ist locker scharf. Ich probier jetzt. Ich bin dran. Ich trau mich nicht so viel, die Kaden. Kaden ist ein Monster. Kaden ist ein Löwe. Oh mein Gott, Kaden. Ich hab Angst um Kaden jetzt langsam. Oh, das ist unermasch... Oh, ich mach's um Kaden. Ey, ich schütze jetzt schon meinen Zuschauer, ne? Oh, ich kann das nicht. Leute, das habt ihr nicht gemacht. Ich kann mehr, weil... Nein! Er nimmt noch mehr. Oh mein Gott. Kina, bist du all ready? Mama ist am Wein. Oh, ich kann nicht mehr, Leute. Ich hab schon mal meine Zunge breit. Kaden, ohne Wasser, ohne nichts? Oh mein Gott. Tyree ist auch? Ey, Leute, was geht bei euch ab? Ja, Kina, du bist dran. Ey, ich hab Gänsehaut am ganzen Körper. Aber nicht so viel, Kina, das ist echt scharf. Das reicht. Ich glaub nicht so viel. Ist okay, Schatz, ist okay. Very good. Very good? Was geht hier ab? Aber ihr merkt das, ne? Bisher sei ehrlich. Ist schon scharf, ne? Mit dem Auge kitzelt. Ja, weil das scharf ist. War das nicht scharf für dich? Ja, ich mein... Das schmeckt so lecker, Leute. Oh mein Gott, ihr seid so heftig. Base. Base für die Aktion. Oh mein Gott, nicht so toll. Okay, Base. Oh mein Gott, Mama, Base. Kinder. Boah, Kina ist immer noch am Essen. Oh mein Gott, Blazy, ich glaub's nicht. Du musst auch mal machen. Seid ihr ready für Ghana? Ja! Aber okay, sei ehrlich, das ist scharf. Sei ehrlich, das ist schon scharf. Papa, du musst jetzt auch essen. Soll ich jetzt essen? Ja. Ich hab jetzt nachher, das ist nicht scharf, ne? Die ganze Scharf. Echt Respekt an Case und an Talies. Sorry. Alles, alles, komm. Wenn dein Sohn ein Löwe ist, dann bist du auch ein Löwe. Oh, wie habt ihr... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Rot. Dein Name ist Rot. Leute, auf jeden Fall Daumen nach oben, macht das Abo, schreibt uns in die Kommentare, was wir als nächstes als Challenge machen sollen. Und seid gespannt auf die nächsten Videos. Brauch nicht. Brauchst du nicht? Ben schwitzt einfach richtig doll. Leute, wir haben eigentlich einen Daumen nach oben. Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.